Das Thema ist halt, weil ich hatte keine Heilgegenstände mehr und sie hat halt überhaupt nicht mehr von mir abgelassen. Oh mein Gott. Oh, okay, jetzt kommen beide wieder. Oh, sie einfach mit ihrem ganzen Ausweichen die ganze Zeit. Oh. 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 Okay, sie hat wieder Fokus auf mich, ist gut. So, sie ist da unten. So, ich muss mich ganz kurz mal ein bisschen regenerieren, ihn kriegen wir jetzt auch down. So, das hier, hier wurde bezwungen, na, siehste gut, aber ich hab sie wiedergelegt. Wir müssen mal ganz kurz, oh, 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 ich bin fast down. Oh, oh. Sh Roma. Jetzt aber! Ja, Mann! Nice one! Mh! Dingenträgern kann man hier. Hallo, Teufel. Grüß dich. Vielen Dank. Huhu. Huhu, huhu. Ah, ja. Oh, Mann, war das... War das jetzt eine Geburt? Wahnsinn. Okay, ich geh mal wieder rüber auf den... Heimdall. Ich sag ja, wenn... Wenn wir sie platt kriegen, dann ist er nicht das große Problem, weil er ist einfach viel zu langsam. Ich hab auch wirklich aber alle Heilgegenstände verbraucht, ne? Ah, Gott, ey. Ah. Ja. Gut, haben wir letztendlich dann noch geschafft. Freut mich sehr. Und, äh, ja. Der Bido ist mittlerweile über alle Berge wahrscheinlich. Aus Gründen. Wir haben jetzt noch zwei Waffen bekommen. Brennendes Desaster, die Waffe des Kanoniers. Eine von Midos Lakaien schießt gelühend heiße Flammenbögen. Müsste der nicht... Okay, er hat Feuer plus 10. Wahnsinn. Eigentlich müsste er doch viel mehr pluser Feuer haben. Äh, und das andere war... Eisblut. Die von der Klingenträgerin, eine von Midos Lakaien benutzte Stichwaffe. Okay. Flitzend und durchbohren. Ist halt... Ja. Schwert. Und das andere war... Brennendes Desaster ist ein, äh... Eine, eine... Schusswaffe. Okay. Geschick A. Ja, die ist aber noch anspruchsvoller als die Brodia Aya. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben jetzt immer noch Mia drin. Passt schon. Iva ist eigentlich auch ganz gut, aber... Mia ist und bleibt einfach the best. Stopp right there, Amido. Like that is a boss, come for... Uh, your persistence is tiring. So tell me, just what exactly are you after anyway? What do you have to gain in reviving the Queen? Reviving the Queen? You're so damn funny. I've collected enough data already. I have no more use for the Queen. Then why? Let me ask you something. Do you ever sit back and wonder why you were created in the first place? Or why Revenants have power far beyond that of mere humans? That's simple. Everyone knows it was to stop the Queen when she frenzied. Aren't you forgetting something? Aren't you forgetting something? Aren't you forgetting something? Aren't you forgetting something? The day of the Great Collapse? The creatures that caused all that ruin? Both Revenants and the Queen were created to eliminate those horrors. And yet, they are all still incomplete. I wanted to witness Gregorio's monstrous transformation with my own eyes. But sadly, it cannot be. Now, allow me to show you the truth of our world. I want to show you the truth of our world. I want to show you the truth of our world. Okay. Okay. Das sind Relikte, Überreste, ja. The cage is unlocked. Oh. Was passiert hier gerade? Das sieht so ein bisschen wie bei The Evil Within aus. Merkur! Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat Schmerzen. Nuna. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und der Nebel ist wieder da Was war das jetzt genau? Oh, ne Waffe How can you still not understand? You all saw them too! The world outside is overrun with creatures that devour everything in their path! They will be the source of even greater strength for all Revenants! Evolution is everything! It is our duty, our very hope as a species! Gregorio didn't see that, the blind fool! So he created the red mist as a cage and sealed away all his research! He was satisfied with merely eliminating the feeble horrors within his pen and thus foolishly halted the march of progress! But the horrors outside continue to evolve until finally they transcended Revenants and became an existential threat! You fools noticed nothing! Ah, prison of red mist became a barricade, protecting Revenants from the horrors that awaited them beyond its borders! All this time you were being shielded by Gregorio from reaching your true potential! The hypocrisy turns my stomach! But now the time has finally come for us to leave the cradle! Let us all rise and ascend the ladder of evolution together! Er redet ganz schön viel! You bastard! After all you've done, just how many more lives are you willing to sacrifice? Enough, Mido! We won't let you do this! Pity! Those who are too weak to keep up with the speed of progress do not deserve to live! What's swill? We will stop you! After all they've done for everyone, the successors will not have suffered in vain! So do we still have jungle, Set pratables south of the forest for more very well? All let's see if we don't show it. Okay, jetzt geht es also gegen Mido. Yuzo Mido. Oh, mein Controller ist aus. Ich muss jetzt mal gucken, was der drauf hat. Au. Mal das hier, dann den hier. Okay, er macht irgendwas. Au. Au. Okay, er hat sehr starke Angriffe. Okay. Au. Okay. Ich habe am Anfang noch gedacht, ja, so stark ist der ja gar nicht. Aber der hat extrem starke Angriffe drauf. Guten Morgen. Okay, ich würde es trotzdem noch einmal ganz normal probieren mit unseren jetzigen Skillungen, bevor ich wieder härtere Geschütze auffahre. Okay. Aber er ist auf jeden Fall machbar. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch irgendwas im Repertoire hat, was er uns jetzt noch nicht gezeigt hat. Aber bisher, sage ich mal, nichts, was nicht machbar wäre. Ich weiß nicht, ob er Und der Atak ist auch gerade die Füße. Die Fähigkeit erinnert mich so ein bisschen an die damals von Sephiroth. Okay, kurz heilen. Komm nicht da schon wieder. Nicht gut. Puh, okay. Der Gute ist ein bisschen schwerer, das gebe ich zu. Also nicht so schwer wie die anderen beiden gerade. Deswegen mache ich es jetzt einfach noch mal wieder ein bisschen einfacher und sage wieder Hermes. Ich bin halt einfach der Zweihandwaffen Typ hier in dem Spiel. Ich habe es schon öfter gesagt und ich sage es auch gerne immer wieder. So, wir sind immer noch etwas, weil wir da wieder hinlaufen müssen. So, dann bin ich mal gespannt, wie es mit dem Hermes klappt. Okay, er hat dreimal gegriffen. Das ist eine komische Blase. Spielen wir uns das jetzt gegenseitig zu, oder wie? Ah, okay, das war jetzt gerade ein bisschen blöd. Weil Mia ist down gegangen, dann habe ich sie wiederbelebt. In dem Moment bin ich aber down gegangen. Und ja. Gut. Aber wir kommen klar. Ich möchte natürlich alle Bossgegner, die wir hier in dem Spiel bekommen, eigenständig irgendwie durchbesiegen, besiegen, ohne irgendwelche Hilfestellung, Tipps oder sonst was. Oder gar Jeans zum Beispiel. Ja, ich bin. Oh, 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 oh. So, er hat im Moment den Langsam-Effekt drauf. Da. Au. Ähm. Warum? Achso, weil sie wahrscheinlich auch gehemmt war. Ist doch alles doof. Mann. Es ist halt... Dieses Hinlaufen wieder. Die erste Hälfte seiner Lebensenergie ist kein Thema. Und wir sind bei ihm ja auch nicht out of Heilung zum Beispiel. So, und warum muss ich eigentlich mal da hinten sterben? Ja. 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 Boah, der sieht einfach aus so einem Radius. Boah, der sieht einfach aus. Mann! Nein! Oh Mann, ich habe das falsche ausgewählt. Oh, nicht das schon wieder. Oh Mann! Oh Mann! Okay, er ist fast down. Okay, er ist down. Nice! Jawoll! Jusomido! Da habe ich schon freigeschaltet. Woo! Oh Mann! 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 Oh Mann!